hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play badwars heute bin ich nicht allein dabei heute ist der kdkkon ein neuer gast den auch letzt mal dabei hatten bei bauberg wieder ein bisschen warten sind halt viele 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 leute im rot hat gar kein rot ist null spieler ich mache jetzt kurz im cut und wir sehen uns nachher so da sind wir wieder wir sind das einzigste vierer team doch gut ja jetzt mach weg du hast genug ich hab 13 bronze was willst du machen das geht schnell bei vielen leuten alter einlage das bett holen der letzte würde ich nur sagen mein ganzes prunk leute ich wollte mich noch mal für 20 abonnenten bedanken du bist schwul nein doch vielleicht gibt mir das eisen zu spät bau dich hoch oben ist oben ist die goldinsel bau treppern ein Prozent Simon geht um ab und zu holen Prozent leckerer nicht mach egal ich bin durch den Block durchgeführt verordnet hier ein sein bei mir leckt das Ultra ich bin durch den Block durchgeführt ich schwöre er hat immer noch Vorteil im im vorteil ich weiß nicht wie viel leuchtet und ich weiß nicht und sie hat dran das andere 1 ob man das Bett zu schon Prozent ja das mache ich sofort erstell ich was sagen wo es braun Prozent wo es Eisen er hier auf der Eiseninsel ja welcher denn und folgt einfach diesen paar um links in die Mitte hintermessen ja es ist so anders erwartet also bei Eisen er hat das alles nopps also noch noch die die mit den eigentlichen los den großen er noch die du es dann sag ich mal ganz kurz ist äh ich bin ein Rastendor ein ja muss man auch sagen weiß ich was ich bin ob meine noch bis meinten ja noch bist ein spiel in einem nicht mit ritox kleiner was ist vorher anders ist ich habe 16 gold jahr ist ich habe jetzt auch gut er hat die schiefen kann direkt gewonnen jahre die an die Seite behindert ich so weit hochzubauen also die Eiseninsel ist ja oben Prozent nur alter hast du mich erschrocken ne ich bin so ein Typ der bostet das Bett ab unten sind noch Goldspawner ohne die jahre ist langweilig weil in der Folge passiert nichts das ist voll und so Episode ich hab schon vier Eisen Prozent der Anleitung würde ich mal sagen bei uns weiß was weiß mit vier Eisen Weltgott den zweiten Bisschen heute wieder das keine Rüstung Prozent auch mit seiner Prozent Prozent die Kabelsternstärk abbauen wollte es nur anmerken Alter bei mir backt die Tastatur bei mir backt gerade alles Jung ich stehe vor dem Goldstern Alter das ist ja auch ein Tag und stets ähm so alles umgestellt weil wir es ist ein Blau ist in der Blau ist in der äh sie waren damit aber diesen und ja äh Dings das Kino du hast doch schon also mal ein Sandstein äh mach das mit Einstein zu weil durch Sandstein Junge da bist du sofort direkt durch ja mit Kisten ja ich hab kein Eisen also die Kanze mit der Spitze ja auch nicht mit einer Spitze was hat doch gut durch Eisen ja jeden Tag das immer ich hab bis jetzt noch zwei Eisen ja ich hab jetzt ein Eisen gehabt so wie man es auch ein Ziel ich mach grad schon mal ne Kiste so ich hab noch die 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 ähm und wie soll ich jetzt okay okay ich sag mal gar nichts Nö 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 in einem Jahrhundert also ich würde sagen Prozent easy game easy game easy game hier schenkt den Villager ein Schwert kann das hab ich bekommen oh man es gut sagt ich jemand hat damit zu kommen wer hat das hat das Beste kommt ja aber es war ich doch weil ich bin grad von da oben und da ich hab noch drei kalt man muss ich damit anfangen ich hab gar kein Geld ich glaube auch noch ein sieben ich bin auch noch ein und bin der erste in der Mitte ich bin klüger weil ich die besten Wege empfinde und gehen mal weg ihr kannst das hier haben auch nicht dass das Level 1 nennen 5 alles die Siene auf jeden ich fühle mir jetzt gleich das erste kannst du da ich hab schon das beste ich hab schon das beste aus dem Bau er braucht auch nicht wirklich du darfst den Block so jetzt kannst du ruhig was er bei der 1 ja du darfst den Leute halt auf Erhalt auf Englisch ja mit einem Spieler ist es oft so schwer du musst jetzt sagen was das für ein Nob ist ich sag ich was für ein Nob was für Nob ich ärgere den damit der Rix das ist Nene 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 kriegst du aber nicht jetzt gibt es noch Boah ich hab ich hab grad 34 ... warte 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 ich will mitkommen ich hab 24 ich hab 34 Gold äh 34 Eisen äh er wollte sie mir auch um die Niederlande ich muss das andere Team Team Gelb es ist links oder rechts die Konkurrenz die Gegend diese Karte in der Richtung Mütze wer aber das ist nicht nur ein paar Jahre ich habe 34 Kult ich habe sie in die Reise als die Städte Boah ey Dennis du bist so und doch scheißegal die haben doch eh gar keine Quip Boop spam die doch einfach guckt die haben jetzt gar keine Quip mehr nein ich bin tot sag das war's alter ja das war's GG wir hängen glaube ich noch ne Runde Sky Boss dran sag ich mal Skywars ja aber da kann man nur Prozent und ja nicht dann sehen wir uns in der nächsten Wettbewerbsfolge schön Tja und wollen die anderen noch die anderen zwei in auch noch zu sagen ich habe ja ich hab da einfach nur die Uhr gesorgt okay Tja Tja